TV Premiere, Viviane Geppert ihren Babybauch Ganz großer Fernsehauftritt. Die TAF-Moderatorin Viviane Geppert, 31, hatte vergangenes Jahr ihre Traumhochzeit gefeiert und erst vor wenigen Tagen verkündete sie ihre erste Schwangerschaft. Die freudigen Neuigkeiten dürfte sie wohl für eine Weile nur mit ihren engsten Vertrauten geteilt haben. Zumal ihr Babybauch bereits eindeutig sichtbar ist. Mit der Geheimniskrämerei ist es jetzt aber definitiv vorbei. Denn, Viviane präsentiert erstmals ihre Babykugel im TV. Das erste Mal TAF mit Babybauch, schreibt das Model zu einem Foto, das sie und Co-Moderator Daniel Aminati, 49, vor der gewohnten Kulisse ihrer Show abbildet. In ihrer Instagram-Story. Daniel, der selbst frisch gebackener Papa ist, hält seinen Daumen hoch und deutet begeistert auf den Bauch seiner Kollegin. Im Netz erzählt sie außerdem weiter, dass es in den vergangenen Wochen nicht leicht für ihr Fashion-Team gewesen sei, ihr kleines Geheimnis zu kaschieren. Das dürfte jetzt aber mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft um einiges leichter werden. Jetzt könne sich ihre Stahllistin richtig austoben und ihren Bauch auch endlich in Szene setzen.